Beachline Quickies Hallo, mein Name ist Julia Krumbeck und ich bin Trainerin der Beach Academy. Der Aufschlag ist die erste Punktchance im Spiel. Selbst wenn ihr zu zweit im Training seid, könnt ihr den Aufschlag sehr, sehr gut trainieren, indem ihr das Feld längst teilt und dann gegeneinander im Halbfeld aufschlagt. Das Ganze sieht so aus, dass ihr immer zwei Punkte bekommt, wenn ihr einen Ass schlagt. Ein Punkt für eine schlechte Annahme eures Mitspielers und wenn er halbwegs gut annimmt, sodass das noch als Zuspiel verwertbar wäre, ist es ein Nullball. In dem Moment, wo er Mitspieler gut annimmt, also eine wunderschöne Annahme macht, wechselt das Aufschlag recht und er darf aufschlagen. Ein Tipp noch von mir dazu? Bleibt bei einem erfolgreichen Aufschlag. Gerade wenn euer Gegner in der Annahme patzt, solltet ihr den Druck im Aufschlag beibehalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.